Hallo mein Name ist Lara und bei mir ist heute der Ossi Schellmann. Hallo Ossi, grüß dich. Hallo Lara. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr. Wir werden eine kleine Yoga-Sequenz machen zusammen und ich habe gehört, dass du auch gerne Yoga machst. Ja gerne, aber doch viel zu wenig, aber vielleicht animiert mich das heute, also das liegt an dir. Jetzt bin ich unter Druck gesetzt, aber schön zu hören. Genau, dann stellen wir uns mal hüftbreit hin und wir gehen mit der Einatmung in die Stuhlposition. Wir heben die Arme dazu, schön gerade, dann die Arme über die Seite nach oben ausatmen, Bein heben, die Einatmung und mit der Ausatmung steigen wir zurück mit dem Fuß in den Krieger 2. Genau, da kurz halten, nochmal lang machen, nach vorne gucken, groß bleiben und dann mit der Einatmung nach hinten gehen, zum Bein greifen und mit der Ausatmung wieder nach vorne gehen. Jawohl, sehr gut. Und dann nach vorne. Jetzt würde die zweite Seite dran kommen, das machen wir dann gleich. Und ich würde sagen, zu Hause nachmachen und viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.